Und dann mal jetzt willkommen zu einer anderen Art Video. Jetzt muss ich allerdings ganz kurz noch was einstellen. Schaffe ich doch immer wieder irgendwas zu vergessen. So, perfekt, jetzt passt's. Ich möchte ganz kurz mal wieder ein Video machen, besser gesagt, eine Info rausbringen. Ich mache fast nur Infovideos zur Zeit, aber besser als wenn ich gar nichts mache. Oh, schon, wie habe ich da umgeladen? Ich habe umgeladen, passt, alles gut. Chat-Bug, alles. Alles gut, okay. Ganz kurz, KV-2, die Map war die, genau, mit ein paar Mods, wie man sieht. Ich habe im Spiel Mods drin, okay. Ich meinte eigentlich, was ich eigentlich sein wollte, mit ein paar Kumpeln, Clan-Kumpeln im Spiel so. Mehr brauche ich, ich will jetzt nicht zu der Runde sagen, lief eigentlich super, ich finde es so toll, lohnt sich, finde ich jetzt mal für ein kurzes Infovideo, lohnt sich das jetzt eigentlich schon ganz gut. Und ich kann es nur nebenbei kommentieren, weil das erst ein paar Stunden her ist, das ist wie dieses Spiel. So, und zwar, ähm, jetzt muss ich ein bisschen anders erzählen, weil, letzte Woche ist meine Grafikkarte, wie der Kommissar ist, ungelungen, eineinhalb Monate gedauert. Fakt ist, ich wollte, ich habe Freitag ein kleines Infovideo aufgenommen von Minecraft, da bin ich übrigens zu weit gefahren, ähm, und, und er schiebt mich natürlich an, dass ich nicht hochkomme, genau, genau. Jetzt kommt gleich die erste Gute, die ich erzähle gleich weiter. Eine fucking 850er Stelle, der freut sich. Ähm, und zwar, es wäre letzte Woche meine Grafikkarte gekommen, äh, ist gekommen, sie ist gekommen, und, ähm, jetzt habe ich den, jetzt habe ich den richtig schönen Hänger. Es leckt ein bisschen, mhm, cool. Bam, und burn down, du Fixer. Warum leckt denn das jetzt so? Ey, wieso leckt denn das jetzt? Nein, das finde ich jetzt so unkürt. So, jetzt hoffe ich gerade, ähm, es ist nichts abgeschnitten, weil ich mache gerade ein Update, ähm, oder hatte kurz vor der Aufnahme ein Update gestartet von meinem Schnittprogramm, weil der ist zur Zeit, und es leckt schon wieder. Weil es zur Zeit dann dauernd abschmiert, oder halt rumleckt, oder irgendwas total verbuggt ist. Ich hoffe, ich passe jetzt nicht, der Ton der Teil jetzt überhaupt noch mit dem Schnitt, das sehe ich dann schon. Ähm, also, ich habe ein Infovideo gemacht am Freitag. Habe am Samstag Grafikkarte geholt. Weißt du, ich freue mich so mega, dass meine Grafikkarte wieder ist. Mach gleich ein Infovideo, wie es so aussieht, was kommen wird, bla bla bla. Das wollte ich ja eigentlich heute noch mit einem anderen Video zusammenschneiden, das ich dann am Sonntag gemacht habe. Also das, was ich jetzt eigentlich nochmal im Ganzen mache. Ähm, dass jetzt doch nichts draus wird, weil ich die Grafikkarte nochmal zurückschicken darf. Jetzt dachte ich mir, jetzt wollte ich vorher schneiden, dann hat mich das Schnittprogramm schon wieder aufgeregt, weil ich schon wieder was total verbuggt war. Dann hatte ich daran keinen Bock zu schneiden, weil was ich im Minecraft Video gesagt habe, hat mir überhaupt nicht gepasst zu dem, was ich eigentlich insgesamt dann noch... Also habe ich das gleich lassen und mache jetzt hier dieses Video. Weil ich wollte eigentlich bloß sagen, dass meine Grafikkarte jetzt nochmal weggeschickt wird. Ich hoffe, es wird nicht, äh, es wird wahrscheinlich wieder so langsam... Und da war es richtig ehrlich, ich habe nämlich meine Munition gerade gewechselt. Also... Nein, 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 also zur Zeit, äh, gehen wir so ziemlich alles auf den Piss. Also, man, mehr braucht das Leben gerade nicht von mir verlangen, weil dann ist Ende im Gelände. Äh, das wollte ich jetzt nur sagen, soweit, wie es aussieht, was... Ich will jetzt auch nicht sagen, was kommt, weil das mache ich dann, wenn meine Grafikkarte wirklich wieder da ist, weil ich werde es wahrscheinlich jetzt zurückschicken. Vielleicht, wenn sie wiederkommt, vielleicht funktioniert sie, vielleicht auch nicht. Wenn sie nicht funktioniert, darf ich es nochmal zurückschicken, weil dann darf ich erst, äh, eine neue Grafikkarte verlangen. Jepia, jepia, jepia. Also, äh, es stimmt übrigens auch die 1182 Damage nicht, eigentlich sind es 2000, was man da oben sieht, weil der 850 Hit fehlt vom Anfang. Wenn ich zurückgehe im Replay, was ich jetzt vorher kurz gemacht habe, dann fehlt sowas immer. Hatschi, boom, und Hatschi, boom. Das ist also die Stelle, also die längsten 40 Sekunden waren die geilsten, weißt? Erst kommt er, wir haben beide, er sagt so, genimm den KV-2, genimm den KV-2, bam, er trifft, also er wollte mich, hat aber seine schöne flache, äh, Ding getroffen. Dann, ich will zielen, ne, weil ich denke mal so, geil, und dann steckt sein scheiß Rohr, dann drängt er mich echt weg, der Sack, der Sack macht es voll mit Absicht, ich drück ab und dann. Weißt, dann, was macht er, ja, ich kill dich, ne, weißt du, ich kill dich, Digga, so ungefähr, weißt, drehe ich mich halt um, und dann kommt einfach Best Normal Ever, wenn er sagt, er will mich killen und, wutsch, weg, weiss er, also, weiter brauche ich jetzt auch nicht gehen, aber es war einfach ein richtig geiler Moment, weil die Artie ist jetzt auch in 20, ja, jetzt ist sie nicht gleich tot, so, weiter gehe ich nicht, wird sowieso wieder so lange, ohne wie zu sagen, Leute, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, ciao.